Wichtige News der Geschäftsleitung, Updates zu Veranstaltungen, Geburtstage von Mitarbeitern. Mit dem Enterprise Social Networks oder auch ESN-Modul kommunizieren Sie, wie in den sozialen Medien, mühelos und schnell untereinander. Sie fördern die soziale Interaktion der Mitarbeiter und teilen wichtige Ereignisse mit Ihren Leuten. Der Portal-Stream hält transparent und unkompliziert jeden im Unternehmen auf dem Laufenden. Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, gegebenenfalls zielgruppenspezifisch seine Neuigkeiten zu verposten oder eine Mitteilung zu kommentieren. Egal von wo aus Sie arbeiten, ob von unterwegs oder aus dem Homeoffice, Sie sind in Verbindung mit Ihrem Team immer up-to-date und sozial eingebunden. Fördern Sie so die Mitarbeiterbindung und bleiben Sie alle ganz fix und einfach auf dem neuesten Stand.